Sind die Stadien eigentlich auch gut besucht, sind die auch ziemlich voll, oder? Also im Semifinale gegen Bengaluru auswärts haben wir die 30.000 Zuschauer gehabt. Zu Hause haben wir ein kleinere Stadion von 12.000, da haben wir einen Schnitt von 7.000, 8.000, 9.000. Und generell, also es gibt fußballverrückte Städte wie Calcutta oder Goa, wo sehr viel los ist. Dann hat man aber Stadien wie Nord-East, wo ergebnisorientiert die Zuschauer kommen. Da kommen 20.000 und wenn sie nicht gut spielen, kommen 2.000, 3.000 sogar. Aber Cricket Nummer 1? Überall, wenn man durch die Straßen... Städtenwert von Fußball ist jetzt schon ein Unterschied zu Europa. Absolut, weil die Inder, am Anfang wie wir gesprochen haben, haben es gesagt, gib einem kleinen Kind einen Ball, sie nehmen ihn in die Hand und werfen. Gib in Europa einen Kind am Ball, die schießen mit dem Fuß weg. Und in Indien ist es halt aufgrund der Menschenmassen so, dass Cricket viel mehr Leute spielen können. Man braucht keinen schönen Untergrund. Und dadurch ist Cricket von Hause schon mal höher anzusiedeln gewesen. Und was Geld in Cricket investiert wird, ist unglaublich. Also Cricket ist omnipräsent dort.